Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja und so habe ich mir gedacht, dass ich ein altes Format wieder aufleben lasse und zwar das Format Facttime. Ich würde sagen, heute starten wir mal mit ein paar lustigen Fakten. 2001 wurde ein 8-jähriger Junge der Arm von einem 2 Meter langen Hai abgebissen. Daraufhin hat ihn sein Onkel gerettet, hat den Jungen dann ans Land gebracht, ist wieder raus, hat den Hai geholt, hat ihn aufgeschnitten, hat den Arm aus dem Hai rausgeholt und ja, im Krankenhaus wurde er wieder angenäht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, alter Schwede, bist du Ramm oder was geht mit dir ab? Ich meine, ein 2 Meter Hai, das ist ja, ein bisschen größer wie ich bin oder so und du holst ihn einfach raus, okay, alles klar, läuft bei dir. Wenn man spricht, versprüht man 2,5 Mikrotropfen Spucke. Okay gut, Gott sei Dank ist es nicht mehr, ich meine sonst würde die Kamera voller Spucke sein, wobei ich sagen muss, ich spucke beim Regen generell viel. Okay, aber das ist jetzt ein Thema, das ist nicht so wichtig, würde ich sagen. Gehen wir zum nächsten Fakt über. In Äthiopien wurde ein Kind von 3 Männern entführt. Nach 2 Wochen wurden diese 3 Männer von 4 Löwen gefressen und die Löwen haben das Kind bewacht, bis es von der Polizei befreit wurde. Tja, Karma, bauscheiße und es kommt scheiße zurück. Einfache Sache. Zu jedem Zeitpunkt sind ca. 0,7% der Weltbevölkerung betrunken. Schräge Scheiße. Das heißt, wir haben verdammt viele Alkoholiker. Das Ziel von Golf ist es, so wenig wie möglich Golf zu spielen. Eine Million Sekunden sind 11 Tage, eine Milliarde Sekunden sind 31 Jahre. Ein inhaftierter Straftäter hat während seiner Gefängnisstrafe vier Gefängniswärterinnen geschwemmt. Es gibt mehr englisch sprechende Leute in China als in den USA. Unsere Nasen und Ohren hören niemals auf zu wachsen. In einem Jahr verletzen sich mehr Menschen an einem Getränkeautomaten als an einem Heilangriff. Naja gut, ich muss dazu sagen, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn es gibt echt fast nur noch Idioten da draußen. Und das waren die heutigen 10 Fakten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst es mich mit dem Daumen nach oben wissen. Abonniert mich da oben. Und selbstverständlich vergesst man hier, was ihr davon hält. Eure Meinung ist mir wichtig. Damit bin ich raus. Ciao.